Jackels Umweltdienste, Ihr Spezialist rund um das Thema Kanal. Wir orten Verstopfungen mittels hochmoderner Spezialkameras und beseitigen diese mit Hochdruckspülung und speziellen Spüldüsen. Schäden wie Hartablagerungen oder Wurzeleinwüchse werden ferngesteuert mit Fräsrobotern entfernt. Zudem können wir Funktion und Dichtigkeit der Kanäle mittels Kurz- oder Inliner-Technologie grabenlos wiederherstellen. Die Firma Jackels führt überdies Dichtheitsprüfungen nach § 61a durch und berät sie sachkundig und kompetent. Untertitelung des ZDF für funk, 2017